So, damit willkommen zurück, ihr Lieben, zu Lights of P. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt hier beim Opernhaus starten. Der einfache Grund ist, dass wir das letzte Mal, als wir bei der Ausstellung waren, einen Dreifaltigkeitsschlüssel bekommen haben wieder. Wir haben die Statuen gedreht und ein Podest kam nach oben und hat uns den Schlüssel überreicht. Und das haben wir irgendwie seit Folgen noch nicht gemacht, seit ich zum Sumpf aufgebrochen bin. Und deswegen wollte ich jetzt das nochmal kurz mitnehmen und Pippi, lass mich bitte in Ruhe. Ich will hier bloß einmal durchspringen, dass wir einmal hier gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich bin neugierig. Vielleicht kriegen wir auch wieder eine neue Waffe. Ich weiß es nicht. Oder Quarz. Sieht aus wie jeder andere Raum. Auftritt des Tages. Die größte Sängerin von Krad ist da. Schade, dass sie nicht singen kann, weil ihre Zunge herausgeschnitten wurde. Was? Ist die Patricia vielleicht die größte Sängerin des Tages? Hat die weiße Dame und die Adelina die Zunge rausgeschnitten, weil sie die Konkurrentin war? Oder warten die? Die Adelina, die konnte doch noch singen. Die konnte doch noch sprechen und alles. Sie gingen durch die Tür. Es ist die Zeit, die wahre Bedeutung der drei Säulen zu verstehen. Okay. Ich möchte erstmal verstehen, was hier drin ist im Tresor. Strahlungskonverter und Quarz. Okay. Dann lassen wir mal schauen, was macht dieser Strahlungskonverter. Effort Superior. Verbessert Feuerschadensreduzierung. Der ist schon mal in der Hinsicht besser. Feuerwiderstand. Säure. Das ist gut. Ich glaube, wir haben gar nicht so wirklich... Ne, das stimmt. Wir haben seit langem keine Feuerwiderstandskonverter bekommen. Das ist gut. Wir gucken gleich mal, wo wir hingehen. In welches Gebiet. Weil die Antonia, mit der haben wir ja gegen Ende der Folge gesprochen. Und sie erzählte uns davon, dass die Archimisten und das Hotel zusammengearbeitet haben. Vor der Versteinerungskrankheit. Vor dem Ausbruch. Okay, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, ob es sicher ist hier. Ich fürchte nämlich nicht. Ich möchte nämlich, dass wir... Ah, okay. Hier kommen wir durch. Jetzt sind wir in meinen Gedanken sofort... ...zu Ende. Aber ich muss jetzt erstmal mich in Sicherheit wissen. Mann, ey. So. Wie? Warum ist es denn jetzt rot? Weil Pippi mich wieder verfolgt bis nach draußen. Es ist ein Traum. Pippi. So, das war so eine Ruhe. Von einem eingestürzten Turm in der Nähe des Bahnhofs gerührte. Und deswegen... ...müssen wir jetzt irgendwie... ...zum Bau... ...zum Ball... ...zum Bahnhof zurück. Weil wir können da nicht hin teleportieren. Das heißt, irgendwas ist da im Gange. Und ich will unbedingt herausfinden, was da jetzt los ist. Oh. Oh. Kann das da? Okay. Ist mir irgendwas? Nö. Und wir haben ja auch gehört, dass die Sophia irgendwie im Zusammenhang mit den Achimisten steht. Dass die eine gemeinsame Vergangenheit hatten. Wir wissen noch nicht genau was. Aber ich denke mal, das Spiel wird, wie gesagt, uns das früher oder später sagen. Es wartet hier wieder für eine Überraschung. Oh, Senorita. Senorita, dance with me. Sie freut sich bestimmt, um zu sehen. Das weiß ich doch. Dance with me. Together. Oh, yeah. P. Ist ja schön, wenn du blockst. Oh, la, la. Der hält sich immer die Seite, ne? Und ich verstehe nicht, warum. Oh, ja. So, Senorita, bitte. Ich bin um kein Tänzchen verlegen. Aber diese Sumpflevel jetzt, diese Gegend, die war richtig trostlos, ne? Also, das war mir wirklich, äh. Das war sehr bedrückend, ne? Das Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen. Und froh, dass wir das hinter uns haben. Was ist mit der Tür? Ja. Der einzige Weg, alles klar. Oh, okay. Okay. Ist das jetzt hier schon der Untergrund zum Hauptbahnhof? Oh. Erst mal kurz hier gucken. Irgendwas ist raufgekrabbelt? Nee. Ausgefranztes Notizbuch. Ein abgenutztes Tagebuch mit Blutflecken. Auf der Hülle sind goldene Flügel aufgezeichnet. Ich bedauere die Zerstörung der heiligen Statue nicht. Ich wollte verhindern, dass sie für die Menschen benutzt wird. Natürlich werden sie einen anderen Weg finden, aber zumindest werden die, die entkommen sind, Freiheit finden. Wenn ich etwas bedauere, dann nur eines. Gott rette dieses Kind. Ich kam von jenseits des großen Ozeans. Von der anderen Seite des Ozeans. Okay, mysteriöse Notizaufzeichnungen. Was ist das Problem? Es ist ein saulanges Spiel. Und du hast immer so einige Fetzen, Geschichtsfetzen aus der Vergangenheit und Aufzeichnungen, die du findest. Und dann ist es wieder ein paar Folgen später und dann kannst du dich wieder nicht daran erinnern. Das ist echt schwer, so die Zusammenhänge dann so zusammen zu puzzeln. Ah, nicht schon wieder. Das ist wieder das Erdbeben. Was ist denn das hier? Wasser oder Fäulnis? Verfall. Natürlich. Ich glaube, da müssen wir mal unsere Converter wechseln. Brechen. Brechen. Gut gegenbrechen. Ja, machen wir mal. Verfall. Und da hinten... Habe ich meine Reinigungsretuschen noch? Ja, habe ich noch da. Ein Sägeblatt. Großartig. Und wo kommen wir da jetzt hin? Ah, hier sind wir wieder. Oh, wo alles begann. Und jetzt sind hier die Kadavermonster, die von der blauen Pest verseuchten, schon da. Die infiltrieren im Hauptbahnhof. Okay, da gehe ich gleich hin. Blutiger Brief. 21 Uhr 23. Zugfahrkarte nach Sainten-Marien. Wegen der Blutflecken ist der Text schwer zu lesen. Zugfahrkarte. Irgendeiner wollte wegfahren. Oder flüchten. Oh, das ist einfach wie ein random Post. Random Passage hier. Über dieser Stadt. Gott Central Station. Cancelled, cancelled. Alles abgesagt, alles gecancelled. Hier die Fahrten. Blue Fairy? Blaue Fee? Was ist da eins? Was ist so spekt? Das ist komisch. Fandst ein bisschen aus der Reihe, ne? Natürlich machen sie das. Das mache ich Sophia. Sophia hat ja die Fähigkeit ihrer Mutter geerbt. Das haben wir vor ein paar Folgen, glaube ich, mitgekriegt. Das hat sie uns erzählt, dass sie zu diesen Hörern gehört, die praktisch mit Puppen kommunizieren kann. Und das Ergo hört oder das Ergo nutzen kann, um zu kommunizieren und das aufzuspüren. Und ihre Mutter hatte das ja abgelehnt, weil sie es als Macht des Teufels angesehen hatte. Und Sophia ist dadurch auch in der Lage, mit uns zu reden. Mit uns zu führen. Unsere, unser Guide zu sein. Okay. Bin ja gespannt, was jetzt hier sich geändert hat beim Aufbahnhof. Hier ist eine Abkürzung. Na, wo noch sind sie nach Blut? Äh. Du wüsstest doch. Komisches Alien-Greml, was hier aus seinem Kokoschen... Äh. Ich hasse das, wenn sie das machen. Äh. Äh. Alter. Mann, du spritzt das ja überall. Und nicht im positiven Sinne. Entschuldigung, ich konnte mich befreit. Äh. Äh. Geht damit. Äh. 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 Lauter so einer komischen Skorpion-Mutanten, ne? Widerlich. Oh Gott, widerlich. Äh. 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 Was? Da ist noch so ein Riesen-Orschi. Oh Gott, der wird mir wieder umdringen. Aber der hat bestimmt was Wertvolles wieder. Äh. Hey. Ah, da hat er was Wertvolles. Hahaha. Ja. Das ist ein Träumchen. Ich freue mich sehr auf ein Treffen mit ihm. Ich gehe mal ganz kurz drüber hier. Was hier auf der anderen Seite noch ist. Nichts. Abkürzung wäre hier dann. Okay. Schauen wir mal. Was passiert. Ich bin sowas von tot. Ich hätte mal Feuer nehmen sollen. Feuerschleifstein. Shit. Hm. Boah, ich hasse es. Ich bin auch noch in dieser Eko-Eko-Propons hier. Okay. Boah, was? Ich bin gar nicht tot durch den Verfall. ich bin auch noch in dieser Eko-Propons hier. Ich bin hier nicht tot mit Kram. Ich bin gar nicht tot. was ist denn da drinnen immer so frei danke quarts ok nehme ich Ich muss mal ganz kurz raus hier, lalalalala. So. Da blockt das wieder auf. Der Rest ist toll. Na gut, Oschi, wir werden wohl nicht drumherum kommen, dich zu bekämpfen, weil du was Wichtiges wahrscheinlich hast. Den können wir doch rein theoretisch mit dem Zahnrad, Sägezahnrad abschießen. Vielleicht magst du gerne ein Feuer. Ciao. Aber hinterlässt uns leider nichts. Okay, ich dachte, er wäre so ein Brocken, der wieder was Wertvolles reinlässt. Schade. Dann müssen wir vielleicht da rüber. Kann es natürlich sein. Ah. Ah. Nein, nein, nein. Ach, üüüüü. Guck mal, er mit seinem dicken Beinchen. Mit seinem dünnen und seinem dicken Beinchen. So. Wo jetzt hin, Freunde? Wo jetzt hin? Können wir hier durch die Waggons? Ne, wahrscheinlich nicht. Hier ist was offen. Aha. Bäh. Boah, Alter. Wollt ihr mich ver- Jetzt. Hallo. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Komm, ey. Chilt, Leute. Chilt. Ist doch gut. Mann. Meine F***e, werde ich hier von 50 Leuten angegriffen auf einmal. Naja, wenigstens lassen wir was Gutes. Gutes Fallen. Und spendabel. Heil dich doch mal, Mensch Pi. Kriegst du hier gleich wieder. Äh. Und ne Puppe. Puppen und Zombies gemixt wieder hier, Freunde. Boah, das ist so widerlich. Speziell Reinigungskartusche. Ekel. Dafür ist es natürlich gut, das Zeug hier. Diese Wurfobjekte. Oh, Püppchen. Pippi. Was machen Pippi? Ne. Äh. Pippi ist verwachsen mit nem Mutanten. Da hab ich keinen Bock drauf. Und was bekämpft man euch denn dann? Dann bringt ja Feuer oder Elektrobrust irgendwas. Abkürzung. Moment, 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 Moment. Wo sind wir denn jetzt hier? Da hinten. Dahinten ist das Dargäser. Alles klar. Ein feller Brummer. Mit der Mutantenkeule. Oh, Mio, ey. Ne, Komi. Lala. Was ist denn für falsch stecken? Das ist Mistvieh. Komm doch an, hier vorbei. Ja, ja, ja. Ne, ne. Lass es doch mal. Bäh. Pannab auf Flüssigkeit. Weh. Na gut. Nützt nix, ne? Der Zug fährt heute nicht mehr, Leute. Ich hab schon mal nachgeguckt am schwarzen Brett. Könnt ihr ewig warten. Da könnt ihr euch noch so aufs Gleich setzen. Wird ausgedient. Die, die, die. Ach, da können wir ja... Das ist ja eine Schanze. Da kann ich ja runter. Das hab ich nicht gesehen. Äh. Nö. 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 Ja, man weiß es nicht. Ich fuhr schon mal ganz kurz um die Ecke, um da zu sehen, ob da was ist. Aber nö, scheint mir nicht so. Scheint mir nicht so gut. Doch, da. P. Ja, soll ich vielleicht mal die... Was stimmt denn mit dir, Bengel? Du hast nicht, was ich dir sage. Muddy will nur auf dich aufpassen, aber du hörst nicht auf Muddy. Oh, was ist denn das? Oh, 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 oh. Wie geht? Ach so, hier ist es verbarrikadiert. Ich hab bloß noch drei Stims. Ich bin sowas von tot. Geilo. Und das Vieh hat nicht gesehen. Was bist du denn überhaupt? Ich bin so ein fetter Brummer. Die Schreie aus der Ferne ist der Hammer. Wir müssen erst mal gucken, wie schnell das Vieh ist. Ich hab keinen Bock auf das Mistvieh. Kann ich nicht irgendwie... Da ruf. Das ist nicht anders, oder? Oh, okay. Wir checken erst mal die Lage ab. Wir checken erst mal die Lage ab und gehen erst mal da rauf, glaube ich. Okay, das haben wir geschafft. Da ist nämlich die Abkürzung. Halleluja. Da muss ich mich da nämlich nicht die ganze Zeit durchboxen. Mach auf. Das hab ich gehofft. Da ist nämlich das Sargäser. Ein Traum. Na gut, dann gucken wir uns mal das Riesengeschoss an. Tudu. Neddl. Au. Ihr greift hier immer in Scharen an, oder? Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch einfach zum Kotzen. So, ja. Fertig. Was ist hier wieder raus, ey? Ganz ehrlich. Boah, alter. Wehe, das hat sich nicht gelohnt. Klinge eines Meisterkoches. Griff eines Meisterkochmessers. Genau. Ach so. Das ist so nackt bei. Geil. Aber, ja, schnell. Eigentlich schnell. Mhm. Könnte man modifizieren oder montieren. Auf jeden Fall. Und montieren. Oh, ich bin sowas von tot. High Stimms. Ich weiß, dass es einen Einsturz gab, aber warum mussten sie die Kommunikation abbrechen? Bitte lasst uns raus. Oh Gott, das muss so schlimm sein. Dass die Zustände damals... Die zucken immer noch. Die zucken immer noch. Dass die alle abreisen wollten. Und die Stadt evakuiert werden sollte. Die Leute gedacht haben, sie kommen raus aus der Stadt. Wegen Katastrophenalarm und so. Und... Dem ist aber überhaupt nicht so. Die Leute sind praktisch da in Quarantäne gewesen oder wurden da unter Verschluss gehalten, dass das sich nicht weiter ausbreitet und wurden dann im Schicksal überlassen gefühlt. Oh, das ist voll schlimm, wenn man sich das vorstellt. Dass sie die Leute nicht mehr dann rausgelassen haben aus der Stadt. Oh, ich gehe jetzt hier mal runter. Und gucke mir dieses Monstrum an. Schauen wir mal, was das Vieh drauf hat. Bist du fertig? Jo. Okay, Pi, heilen. Lass dich bitte nicht in Ergel drängen. Boah. Du hast schon wieder so viel Leben. Boah, weißt du was? Ganz ehrlich? Ich glaube, ich gehe erst mal ganz kurz mich leveln mit dem vielen Ergo. Das ist mir irgendwie... So. War was? Ich habe jetzt gerade noch mal einen kurzen Punkt für Vitalität ausgenutzt und ein paar Termiten noch gekauft. Ich hoffe ja, dass ich das bei dem Oschi hier jetzt nicht verwenden muss. Probieren wir das jetzt einfach mal. Mal schauen. Ja, wird's heiß, ich will das hier. Wird's heiß? Ja, das glaube ich. Aua. Da holt der gleich seinen Schwanz aus. Das ist ein riesen Äffchen irgendwie, ne? Bewegen sich ein bisschen wie die Kletterkiefer aus Horizon, finde ich. Das war's jetzt erst mal. Das sieht aber krass aus, auf jeden Fall, das Vieh. Wow. Haben wir mit der Flammen... Mit dem Flammenarm auf jeden Fall. Fertig? Mit dem Flammen... Oh. Mit der Flammenberge ziemlich weit runter. Oh, das finde ich. Das ist passend, wenn die so von einem Punkt zum anderen auf dem Schlachtfeld springen. Was soll man denn da hinterherkommen? Ich glaube, er ist ein bisschen sauer. Oh, nur ein bisschen. Habe ich den Eindruck. So. Amulett der Mörderpuppe. Oh, ho, 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 ho. Amulett der Mörderpuppe. Da ist es. Erhöht den Schaden, der Menschen zugefügt wird. Puh. Die Freude, einen Menschen getötet zu haben, schlummert im Urwerkherzen. Ich werde töten. Ich werde alles töten, was einem Menschen ähnelt. Finde ich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Kadaver zutrifft. Änder das mal hier, glaube ich. Und dann gehen wir mal hier auf dieses Amulett. Ich weiß nicht, ob wir... Oder wir gehen erst mal auf die Kadaver. Im Moment haben wir ja eher Kadaver noch. Habe ich jetzt behaupten. Kann natürlich jetzt noch ändern, aber... Oh, no. Oh, no. Wenn er sich dann hier wieder an den Gegenständen sind, ist das total ätzend. Also auch die Waffe umswitchen nützt nichts. Hä? Moment mal. Ist das der Waggon, wo wir... Ich habe die großartigste Puppe vervollkommend. Nun wieder. Nun. Wieder dieses Kind. Was? Wow. Von wem ist da die Rede? Wer hat das geschrieben? War das Geppetto? 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 Geppetto! Geppetto! Geppetto kann ich lachen. Wer die da zur Folge nicht gesehen hat, Geppetto muss, fällt es ja, glaube ich, so ein bisschen. Oder er weiß nicht, was er davon halten soll, dass wir uns verändern, dass wir menschlicher werden. Als er uns gesehen hat, als unser Haarlänger wurde. Ich bin, wie gesagt, sehr skeptisch mit ihm, dass, ähm... Ja, weiß ich nicht. Die Frage ist jetzt gerade, wo wir hin müssen. Oh, hier waren wir noch nicht. Wo sind wir jetzt langgekrankt? Treppe runter, ne? Scheiße! Alter! Ich sag, das ist ein Horrorspiel, echt. Fällt mir nicht. Das riecht hier schon wieder nach einem ordentlichen Kampf. Und ihr buddelt hier schon wieder nach irgendwelchen Überresten oder was? Was ist losend auf? Oh! 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 Hier ist der Anfang. Hier haben wir angefangen, Leute. Und das riecht mir schon wieder nach einem Kampf. Ja! Ähm... Das ist ja jetzt nicht so toll. Ich hätte mich mal vorher wappnen müssen. Ich glaube, das kippe ich noch mal ganz kurz zu. Noch mal ganz kurz zum... Ach, nee, weißt du was? Egal. Na, ich soll zu dir kommen, oder was? Da wirfst du da wie mit deinem Disks. Oh, du hast ne Axt? Okay. Okay. Das ist aber sehr, Männer. Sehr traurig, ehrlich gesagt. Boah. Ah, versuch's nochmal. In a city where everything is upside down, the strong rule, not the wise. Welcome to feeling from the rich. Ich glaube, Heine ist einfach so nah am Arsch. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich machen? Echt. Ich hab das Gefühl, manchmal, der reagiert einfach nicht auf die Tasten, wenn ich die drücke. Auch wenn ich blocke. Ich blocke rechtzeitig und er macht einfach nichts. Und ich verstehe nicht warum. I don't get it. So, lass mich mal ganz kurz das Ergo nehmen. Guten Tag. Nein. Nein, nein. Den hast du da gestückelt auf jeden Fall. So. Macht schon Schaden auf jeden Fall. Was soll den Bedürftigen geben? Ich bin auch bedürftig. Was sagst du denn dazu? Ist zu wendig, die Olle. Ist sehr wendig. Wem kannst du nicht entgehen? Okay, heilen. Oh Gott, ich hasse sie. Ja, aber doch nicht mich. Mann, mich doch nicht. Ich schmecke nicht. Mistvieh. Nein, ich wollte steifen. Gingen die mir auf den Sack? Was hast du denn jetzt eigentlich mir hier überlassen, hä? Was hast du da für eine Klamotte? Oh, sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus, aber das Wiesel... Äh, ist ja furchtbar. Zieh lieber seinen Kopf. Wir sind wieder hier, Leute. Wir sind wieder hier. Oh, weh. Oh je. Oh je. Und jetzt ist hier der Stargeaser. Na gut, da müssen wir uns auch wieder hier durchkämpfen, wa? Die Gegner vom Anfang oder wieder was monströseres? Was blöderes. Ja, da sind sie. Da sind sie. Was machst du? Aua. Wow. Okay. Das gefällt mir nicht, was du da tust. Was ist das? Ich wusste es. Ich wusste es doch. Oh Gott. Achtvolles Ergo. Oh Mann. Nostalgie Kick. Das ist schon so lange her, dass wir hier gewesen sind. Voll gut. Oh Mann. Äh, was bist du? Welche Mistmonster? Oder was? Der für einen komischen Leder sackt da. Kopfbedeckung auf dem Kopf. Oh Mann. A dream of becoming a real girl. Das war, glaube ich, das Stück, wo alles eskalierte. Wo es ausgebrochen ist, ne? Der Puppenwahnsinn. In der Rosa Isabel Street. Ja. Ah, komm her. Werde ich nicht. Mein Herz. Gib es mir. Gib mir deinen goldenen Glitter. Das soll wertvoll sein? Ich glaube kaum. Ich hätte mich über einen Halbmondstein oder zwei gefreut. Ich brauche jetzt vier Halbmondsteine, damit ich meine Waffe upgraden kann. Basier dich mal. Der Bart gefällt mir nicht, den du trägst. Da. Da. Wieder eine Überraschung auf Lager. Aus der Toilettenkabine. Ja. Ja. Wenn man muss, dann muss man. Das sage ich auch immer. Dunkelmond des Bundes, das ist toll für unsere Spezialwaffen, aber nicht für meine anderen Waffen, für meinen Säbel hier. Leute, bitte, seid doch mal ein bisschen spendabel. Boah. 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 Da ist er geschafft. Na gut. Hier kommen wir gar nicht mehr lang, ne? Hier ist alles dicht. Hier sind wir durchgekommen, Freunde. Hier sind wir durchgekommen. Und das ist, glaube ich, die Rosa Isabel. Die Statue. Jetzt wissen wir es endlich. Ich lasse die Waffe erstmal. Ich lasse es erstmal. Ich hoffe es policy. Ich hoffe es portfolios. Ich hoffe ihr habt. Ich hoffe es operating nachcoveren Bloodtable. Ich hoffe es geht runter. Ich hoffe ich natürlich auch. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020